91% aber egal und damit ja, ein Willkommen zurück hier bei Los Forestos, wie unsere Let's Player sagen würden, oder wie wir, wir sind Willkommen hier in unserem Wäldchen, das finden wir richtig geil, denn unser Wäldchen hat Megastyle, ja, wir wollen wieder weiterbauen, paar Kannibalen abmetzeln, oder vielleicht ein romantisches Dinner mit ihnen planen, das wissen wir noch nicht, wir planen das Ganze einfach ganz ungeplant. Du, setzt doch eigentlich die Pflutzer gerade neben mir. Warte, ich bin jetzt beim Knie-Tabüß, was? Wow Au, dat gibt Kopfschmerzen, dat gibt Kopfschmerzen. Dat gibt Ärger. Ey, diese Kopfschmerzen, wenn ihr mit dem, da, boah. Ey, du Stift, ey, guck mal, ich kann dir voll auf den Arsch gucken, ist das geil. Bei mir läuft, bei mir läuft noch die Sequenz und du rennst hier schon rum. Das ist dunkel. So, jetzt ist erst bei mir der Film vorbei. Ja, es ist dunkel, das ist gerade ziemlich, oh jetzt wird's hell. Ja, weil ich jetzt, weil ich jetzt erst wieder da bin. Guten Tag, der Herr. Guten Tag. Ja, ich würde sagen, wir packen mal kurz unser Telefon weg, unser Teleautomaten. Erstmal, erst mal, ich würde sagen, loot, 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 loot. Ahaha, das ist was ich hier schon fleißig mache. Ja, der Anfangsloot ist, glaube ich, für jeden gleich. Äh, ich komme hier hinten raus. Ha, ha, ha. So, äh, wir laufen dann, äh, links runter, direkt. Also jetzt, also, nee, erst mal, erst mal sammeln, wie wir den hier... Erstmal Kölferchen klauen, ja, wa? Und dann passiert das nicht. Genau. Die Firster müssen ja erst mal eine Grundlage haben. Genau. Die müssen alle rosa Koffer töten. Damit aber auch nochmal ein herzliches Willkommen zurück hier, bei The Forest. Nach unserem etwas extremen, kannibalistischen Start. Ja, du hast es ja am Anfang gesagt. Nur mal so zur Info. Ich dachte vielleicht, dass so ein, zwei kommen und nicht hier die halbe Weltbevölkerung dieses Waldes. Also, er hat's ja wirklich... Ihr könnt euch gerne die Folge angucken. Er hat's wirklich gesagt. Ja, vielleicht ein, zwei Kannibalen, die wir kloppen. Hm, Arschlecken. Der hat direkt die ganze Horde an die Schaft. Konnt sich doch nicht ahnen, dass auf einmal so viele werden. Oh, zwei Koffer mit einem Schlag, das ist... Oh, drei Koffer mit einem Schlag geöffnet. Er muss, er muss das ja mal wieder übertreiben. Oh, ich hab, glaube, deinen Koffer hier gefunden. Stein, hier, friss. Aua. So, hier ist doch ein Köfferchen. Ja, hast du hier die Elektrodinge eingesammelt, für Bomben bauen. Äh, weiß ich jetzt gerade nicht. Am Flugzeug dran. Linke Seite. Den Koffer nicht auf, was soll das? Geht doch. Ja, der Mist. Kein Loot. Ich krieg den Loot nicht. Noch ein Kofferchen? Ach, eben so. Aber die haben sich definitiv was einfallen lassen bei der Farbe der Koffer. Die sind definitiv sehr gut zu sehen. So, was liegt denn da noch? Da liegt noch irgendwas. So, ähm, wir müssen uns... Äh, wir müssen... Am besten ist, glaube ich, unten irgendwo am Strand. Ja. Das... Also, da sind viele andere, die laufen immer runter zum Strand. Und verstecken sich da. So, wo, wo, wo bist du hier? Äh, am Flugzeug noch. Ja, auch. Ich bin da unten. Ich glaube, ich bin hinten am Heck. Achso, ich bin vorne am... vorne. Ach, da bist du. Seh' dich. Brrrr. Brrrr. Sag bloß, du läufst jetzt auf der anderen Seite nach vorne. Na. Verarsch mich doch nicht. So, jetzt komm jetzt hier. Wir laufen jetzt hier weg. Äh, ich hänge. So, bin hängen geblieben. Kommst du? Bin hängen geblieben. Kommst du? Hey, komm, mach den Sturm da weg. Mann, no. Oh, hier sind noch Koffer. Ich hab noch kein Tennisball gefunden. Leider nicht. Das wundert mich, dass ich noch kein Tennisball gefunden hab. Der kriegt den Koffer nicht auf. Warten mal den Koffer auf. Ich hab jetzt... Oh, ein Tennisball. Wo bist du? Bleib mal stehen. Hier ist der Koffer, ne? Bens. Ding, ding. So, da ist noch einer. So. Und... Bam. Oh, ich hab einen Tennisball. Ja. Hier. Fang. Nein. Eigentlich müssten wir uns mal beeilen, bevor jetzt hier gleich wieder Nacht wird. Und dann haben wir wieder Probleme. Oh ja, stimmt. Komm, wir laufen jetzt. Komm jetzt laufen hier hoch. Warte mal, warte mal, wo bist denn du? Ach, da. Hier, hier. Er ist bei Orten. So. Miau. Wenn wir jetzt kann hier beiden begegnen? Äh, dann haben wir ein Problem. Wir dürfen definitiv nicht entdeckt werden. Dann spielen wir Vanilla, ich sag's dir. Oder vegan oder wie auch immer. Ja, wenn ich... Wenn wir... Aber dann... Ey, ich bin... Das ist dann voll... Uah, Loch. Langweilig. Ja, sag mal so zwei, drei Folgen, dass wir auch mal eventuell... Weil ich würde schon ganz gerne nochmal was bauen und nicht nur... Die beiden Routen... Das machen wir jetzt gleich. Wartest du mal auf mich? Du bist viel zu schnell. Bist du lahmarchig? Kommst du? Ich glaube doch schon, so schnell ich kann. Oh Gott, ihr habt einen Flugzeugabsturz hinter mir. Habt nichts gegessen und nichts so, ne? Ich glaube, ich glaube ich habe jetzt unsere Stelle, wo wir bauen. Hier unten, so schön hier, geht das? Oh ja, hier unten ist der Strand. Boah, ja. Ah, wir müssen gucken, wie wir dann hier runterkommen. Ich glaube, hier ist es am einfachsten. Ja, klar. Ja, hier. Perfekt. Boah, hier unten am Strand. Boah, schön. Oder? Ja, aber komm nicht hierher? Hier schön auf der Ecke, bauen wir ein Häuschen. Bei dem Boot hier, ne? Ja, ja, also hier auf der, also ich würde jetzt. Geh mal kurz ins Inventar und futter einen Müsli. Mach das. Ich baue jetzt mal. Ja, dann bauen wir hier doch mal unser Alter. Ja, ich bin auch das, was wir hier bauen. Ich habe auch schon ein Opfer gesehen, was wir werden. So. Das Bäumchen hier. Guck mal hier, ich baue uns direkt nebenan. Nebeneinander hier. Guck mal. Vogel. Habe ich ihn? Warte. Ah, okay. Also, siehst du, wo ich hier... Ja, ich fälle hier schon mal einen Baum. Ja, mach das. Ich sammle hier nochmal ein paar Steinschen. Ähm, so. Ich hätte hier gerade irgendwas gehabt, was ich aufsagen kann. Also, ich hoffe, hier sehen die uns nicht, weil... Ich auch, weil das wäre dumm. Das wäre dumm am Anfang, wenn wir denn hier jetzt direkt gefunden wären. Boah, jo, wir kommen hier richtig schwer hoch, das ist schon mal gut. Das ist schlecht, je nachdem. Ja, äh... Jemand's nimm, sagen wir es mal so. Jetzt ist der Baum da stehen geblieben, ehrlich. Da komm die doch runter. Du kannst auch... Du kannst auch gegenspringen, dann fällt der um. Dann kannst du Baum-Surfing machen. So, ich gucke mal unser Zeug hier unten schon mal. Hier stand beim Boot, ne? Äh, nee, 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 links in der Ecke, links in der Ecke. Äh... Hier hin? Baum, kommt! Und... Ah, da. Okay. Bitte? Ja, ne? Ja, bleib mal, guck mal, bleib mal da unten stehen. Du kriegst jetzt was von oben geliefert. Ja! Ne, die kommen runter, die kommen runter. Da komm's runtergefeilt. Okay, dann laufen wir mal los. Ja, ich liefer dir deine Bäumchen. Ja, du denkst auch an die Ästchen und sowas, die brauchen wir ja auch noch. Das ist alles Tic-Tac hier. Ah, schön hier. Sportler. Nächste hier so durch die Gegend reizen, ne? Ja. Und wir können losrennen. Ich hoffe mal, das klappt, was ich jetzt da vorgehabt habe, dass wir uns da zwei Scheltern nebeneinander, dass wir auch schlafen können. Ja, also... Da haben wir schon mal ein paar Steinchen hier, ne? Das brauchen wir ja auch für ein Feuer. Boah, wie ich jetzt erschrocken. Da kommt auf einmal voll der üble Baum-Sound. Wo auch immer die Dinger jetzt gelandet sind, ich seh sie. Hä? Da kommen sie. Ach, da. Sehr, sehr merkwürdig. Ah, sie kommen. Ja. Halt mein Teil. Ja, hallo, das ist das Beste, was du machen kannst. Das ist doch sehr einfach. Ja. Einer ist da oben und der andere baut dann da unten. Oh, sieh. Oh, ey, wow. Zack. Bevor er aufpasst. Boah, bin ich dreckig jetzt. Ah, die gehen hinter dir ins Wasser. Noch fünf Loks brauchen wir. Ich sammle hier auch schon mal ein paar Steinchen ein. Die brauchen wir ja auch alle. Ja. Ist auch immer irgendwann. Ja, äh, du kannst auch mal schon mal ein Basic-Feuer oder so machen wieder. Ah, ein Shelter ist fertig. Yay. So, hab noch gleich gespeichert. Ja, ey. Ich bin hier oben, ne, und dann hier, guck, da kommen wieder zwei Stück. Hä? Die rollen den Berg runter. Die brauchen halt ein bisschen. Pass auf, dass du nicht erschlagen wirst. Ach, passt schon. Tschin, tschin, aufgehoben und dann rennt er da lang. Haha, das ist so geil. So, wir brauchen noch. So, Stickies brauchen wir noch, ne? Kleinchen brauche ich auch noch vielleicht und ein paar Zweigchen. Wäre nicht schlecht. Ja, ich sammle Stickies. Jetzt gleich gehst du noch oben. Dann? Dann mache ich unten wieder neue Werkstoffdinger und dann gehe ich wieder sammeln. Du kannst deine Stickies und so auffüllen, so meine ich das damit. So, da, 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 da. Ah, hier ist noch ein Lock. Mio. So. So, fertig. Du hast rechts. Ich hab links, du hast rechts. Genau. Ja, ist egal, ob ich da links oder rechts bin. Das ist so relativ gerade. So, jetzt machen wir jetzt erstmal hier. Jetzt bauen wir erstmal wieder was. So, jetzt muss ich aber wieder was essen. Ich hab nicht, ach nee, doch nicht. Was sind das rechts? Hinten, ne? Hm? Energie ist das. Ja. Eben rechts. Okay. Ich geh mal hoch, ne? Ja, du kannst hochgehen. Ich, äh, kannst wieder Bäume fällen. Äh, ich baue denn hier in der Zeit mal ein bisschen. Ich probier. Oh, Alter, da kommst du gar nicht hoch. Doch, Sprinten, Junge. Es muss sprinten. Was denn jetzt die Loks? Stell mir mal ein Bäumchen. Was, was, was denn jetzt die Loks hingetan, die wir noch zu viel hatten? Hab ich schon mal verbaut. Ah. Schlau, der Mann, schlau. Boah, ich hab keine Energie mehr. Toll. Äh, dann guck mal, ob du was trinken kannst. Und sie füllt sich auf. So. Äh. Renes Bastelstunde hier, ey. Ohne Scheiß. Ja. Oh, der ist schief. So. Der ist Schäpp. Genau so wollte ich das haben. Perfekt. Dann nehmen wir auch noch mehr. Ja, ich höre noch. Da, 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 bam, bam hinter mir. So. So, jetzt cool dann die wieder runter. Ja, ja, ich bin hier grad's Mäuelchen am Bauen. Ja, ich weiß. Na. Zack. Lass sie nochmal runterkuddern. Ist er da hängen geblieben? Ehrlich. Äh, jetzt ist er da hängen geblieben. Wow, was war das? Äh, das waren die Kannibalen. Mal kurz zu dir runter. Ja, er macht das. Den baut es in der Nähe, ja. So. Ja. Boom. Eck, ein Stein. Hast dich jetzt da in der Ecke versteckt? Ja. Wenn man jetzt erstmal hier... Ja, nicht so schön. So. Du hast noch Steine zufällig. Leider nicht. Ich habe leider keine. Keine Steine. Nein. Ah, hier liegen ja noch Knochen. Ein Stein fehlt mir noch, ernsthaft. So. Zack. Feuer. So, jetzt... Ja? Sie schlafen schon? Was? Nein. Ich habe das Feuer nur angemacht. Du müsstest gleich Schlursche oder was anderes jagen gehen. Ah, es war ein Reh. Alter Falter. Er schreckt mich nicht so. Wo geht's hin? Ich bin oben. Ich arbeite. Ich tue was für mein Geld. Ich bin Förster. Bart. Ich halte noch nicht so ein paar Kannibalen ab von Holzfällen. Komm mal zu dir hoch. Tu das. Dickies. Mal wieder ganz... Mal wieder ganz... Machen wir mal... Ja, schmeiß die einfach da runter. Wir müssen gleich mal gucken, dass wir irgendwie durch oder so kriegen. Vorsprung hängen. Es wird, oh, Fehler, 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 Fehler. Brauchen wir. Ist erwischt. Wo ist er, wo ist er, wo ist er, wo ist er. Nein, es ist mir entwischt. Wir hatten kein Nickel gesehen. Sorry. Leider entwischt. Kannst ja nichts dafür, ist ja okay. Boah, diese Rehe, die sind wirklich schlimm. Du denkst immer, das sind Kannibalen. So, komm runter, 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 runter. Was los? Die Ballen? Nein, alles gut. Ich musste gerade nur husten und ich habe meinen, scheiße, ich sehe nichts mehr. Boah, jetzt will ich dieser Baumström völlig veräppeln, ne? Der fällt einfach nicht. Der bleibt einfach da liegen, wo er liegt, ey, Mann. Soll ich, ich gehe mal runter schonmal? Ja, bau die Ecke erstmal zu Ende. Der wäre wahrscheinlich von Vorteil, wenn wir das... Boah, ey. Drecks Reh. Da haben wir eine Chance. So eine Ecke habe ich. Das wird mir auch langsam schon sehen können. Recht, wenn es jetzt schon ist. Nein, nichtړ Boah, ey! Ich brauche was zu essen. Auch. Ich brauche irgendwas zu essen. Ich bin gerade am versuchen eine Kaninchenfalle zu bauen. Dafür brauche ich Stöcke, hast du zufällig noch Stöcke? Leider nicht. Das ist doof. Ich habe Stick ein. Dann behalte ihn mal. Oh, es ist dunkel. Ja. Ja. Das man nicht schlafen kann, das nervt einen. Dann verschanzen wir uns jetzt hier in der Ecke. Kannst du hier reingehen? Geil, du kannst hier in den Stein reingehen. Haha. Ein richtiger Stein, ne? Ich glaube die sind bei uns in der Nähe. Ich glaube die kommen jetzt nicht von oben oder so. Wäre ein bisschen dumm gelaufen, wenn die jetzt von oben kommen. Achso, kleiner Tipp, wenn du in der Nähe einer Wand bist, schlag nicht. Ja. Nicht schlagen. Aber wir sind jetzt bei 21 Minuten. Das bedeutet... Päuschen. Ein Folgenpäuschen. Hey. So, du oder ich? Ja, dann muss ich sagen, du. Ich darf heute, gut. Dann verabschiede mich. Ich habe die letzte gemacht. Du bist dran. Ja, okay. Na gut, dann mache ich das halt. Also, dann muss ich sagen, das war es erstmal für diese Folge. Ja, wie es dann spannend weitergeht und ob wir noch Besuch bekommen, erfahrt ihr in der nächsten Folge. Wenn es wieder heißt, let's play the forest mit den Förstern. Genau. Dann wald man's heil und macht's gut. Bis dann. Ciao, ciao.